Manch einer scheut die Zubereitung eines guten Stück Fleischs, aus blanker Angst heraus, es könne am Ende zäh und trocken werden. Laut Cooks Illustrated braucht man jedoch nur eine Zutat, die das Fleisch besonders zart werden lässt. Natron. Dieses erhöht den pH-Wert auf der Oberfläche des Fleischs, wodurch es den enthaltenen Proteinen erheblich erschwert wird, sich zu binden. Das Ergebnis? Zartes, saftiges Fleisch, wie man es sich eben wünscht. Und so geht's. Bei einem größeren Stück Fleisch, etwa Steak, wird das Natron großflächig über das Fleisch gestreut und gut einmassiert. Anschließend sollte das Fleisch für etwa 3-4 Stunden im Kühlschrank ruhen. Im Anschluss daran das Natron gut abspülen, Fleisch nach Wunsch würzen und wie gewohnt zubereiten. Bei kleineren Fleischstücken, zum Beispiel Geschnetzeltem, gilt folgende Faustregel. Pro 300 Gramm Fleisch 1 Teelöffel Natron in 100 Milliliter Wasser auflösen. Die Fleischstücke für rund 15 Minuten in dieser Lösung einlegen. Danach wieder abwaschen, würzen und weiter zubereiten.